herzlich willkommen zu einer weiteren folge der karte in thüringen wir haben etwas vorbereitet unsere tatsache dass die auslager nicht funktioniert haben habe ich mit hilfe der safe games was getestet das funktioniert die lage nun aber sind noch sechs millionen bekommen gut da ich keine ahnung habe wieder funktioniert war ich froh dass überhaupt lag und ich habe ein bisschen vorbereitet zwar ist gepflügt und gekallt der normale flug funktioniert nicht da stürzt das ganze system zusammen und darum habe ich mit so einem gruppe ersatz was flugfunktion hat gearbeitet wir beginnen mit der aussaat mit dazu starte ich mal cosplay immer noch ein fahrzeug aus programm kurs das wird nicht und darum drei bahn immer vier bahn nehmen wir haben doch ziemlich groß auslager reich runter probier mal dort sieht man ganz gut aus hier haben wir die große sämaschine damit zu lange arbeiten müssen hier programmiert gedüngtes ausschauen einmal und da unser kaltstreuen unternehmen den fahren wir dann auffällt club 54 startet schon mal ganz gut aus auf den ersten blick aber dann ganz gut wir speichern mal einen kurs ab und speichern und speichern und speichern speichern und das ist eine weile braun für begeben wir uns auch zum nächsten feld zwar auf dem feld 54 54 und 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 54 54 Vielen Dank. Wie passen, weiße Heifen. Dann werden wir gleich auf Feld 54 kalken. Hier ist ein bisschen Backpacks, kaufen wir auch noch gleich wieder. Das werden wir gleich mal auffüllen. Zug steht. Große LKW. Ach hier. Hey, mit Korte. So. 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 parcels. Vielen Dank. Ich bin aufgeladen. Aufgeladen. Ausschalten. Wie ist der ein bisschen kalt? Na gut, okay. Es gibt Schlimmeres. Nebenbei werden wir mal kurz den Kurs berechnen. Vorgewände rundherum, 2, 3, 3, hoch, runter, Rekern, Rekurs. Das sieht ganz gut aus, 2 Meter passt auch. Ich bin aufgeladen. 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 Wie weiß ich genau was, aber irgendwas haut mich hin. Was da noch außer zusammenhängt, ne, ja, mal schauen wir mal. Und jetzt ist... Ich werde mal die Aufnahme... So, ich habe meine Sachen neu gestartet. Mal sehen, wie es jetzt hinhaut, ob woran das genau liegt. Wir gehen mal rüber zum... Den machen wir später. Wir starten ganz mit Kalk. Das kann man nicht mehr zum Speichern. Das kann man nicht mehr zum Speichern. So. Er startet ganz gut. Speichern mal ab. Und... Unterkalken. 50 war es, glaube ich. Gut. Er macht seine Arbeit. Gehen wir mal... Vermutlich zum Grund des Absturzes. So. 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 Dann kann man spekulieren. Und... So. 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 Laufen. Scheint. Und... So. So. Das heißt, wir werden jetzt mal Kalk kaufen. Dazu fahren wir jetzt zum Händler. So. 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 Vielen Dank. So, um ein bisschen Gas geben. Oh, jetzt geht's hier los. Oh, jetzt geht's hier los. Jetzt ist es... Nee. Jetzt haben wir einen... Zusammenbruch. Ja, da gibt's schon kein Gas mehr. So. Also, ich sag mal, ist... Aktuell nicht viel war. Ich glaube, der leisen Verdacht, das liegt mit der... mit der Verstattung zusammenhängt. So, ich sag mal, winke, winke. Okay, das beende mal die Folge. Eine weitere Folge gibt es erst, wenn ich Probleme gelöst habe. Dann sag ich mal... Erstmal hier... Tschüss. Und wenn ich neue Probleme... Neue Lösungen gefunden habe, dann... Mach ich hier weiter. Okay. Und... Tschüss und winke, winke.